Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns Details des Vertriebsprozesses in S4HANA an. Wir werden uns insbesondere bestimmte Teilprozesse wie zum Beispiel das Pflegen der Konvention oder die Versandterminierung im Detail anschauen und analysieren, welche Effekte bestimmte Datenfelder auf diese Teilprozesse haben. Bevor wir damit beginnen, jedoch erst noch mal einen Blick auf den Begriff Beleg, den ich ganz häufig verwenden werde in diesem und auch in den darauffolgenden Videos. Sie kennen vielleicht den Begriff Beleg aus dem Belegprinzip der Buchhaltung, das eben besagt, dass keine Buchung ohne zugehörigen Beleg durchgeführt wird. Im Rahmen meiner Videos werde ich den Begriff Beleg jedoch etwas anders verwenden. Ein Beleg im Rahmen meiner Videos ist ein elektronischer Nachweis darüber, dass eine Aktivität innerhalb eines Prozesses im SAP S4HANA-System ausgeführt wurde. Und diese Veränderung oder diese Aktivität in einem Prozess wird eben als Beleg gespeichert. Ich habe hier in dieser Folie mal die typischen Belege dargestellt, die eben im Kundenauftragsprozess in einem SAP S4HANA-System erstellt werden. Das fängt zum Beispiel vorne an mit einem Kundenanfrage. Aus der Kundenanfrage wird dann ein Verkaufsangebot erstellt, danach ein Kundenauftrag. Auf Basis des Kundenauftrags wird dann eine Auslieferung erfasst. Die Auslieferung wird kommissioniert. Es wird einen Warenausgang gebucht, eine Faktura erstellt und schlussendlich eine Eingangszahlung gebucht. Diese Grafik stellt jetzt verschiedene elektronische Belege dar, die im Rahmen eines Kundenauftragsprozesses erstellt werden. Und natürlich ist das auch hier wieder so, dass es nur eine Beispielvariante des Prozesses ist. Dieser Prozess kann in der Realität natürlich ganz unterschiedlich durchgeführt werden. Zum Beispiel kann ich den Prozess direkt mit einem Kundenauftrag starten oder aber ich kann vor einem Kundenauftrag auch mehrere Kundenangebote anlegen. Wir werden später in diesem Video uns diese Belege auch noch im System, im S4HANA-System anschauen. Dann werden Sie sehen, wie die Belege in dem SAP-System aussehen. Was diese Grafik hier auch zeigen soll, ist die Integration über verschiedene Funktionsbereiche, über verschiedene Komponenten in S4HANA hinweg. Die Belege, die in einem Kundenauftragsprozess erstellt werden, sind nämlich nicht nur im Bereich Vertrieb, sondern es werden insbesondere auch im Bereich Materialwirtschaft und im Finanzwesen Belege erstellt. Abhängig davon, um welchen Prozessschritt es sich handelt, werden in unterschiedlichen Bereichen oder Komponenten Belege erzeugt. Und das ist genau die Prozessintegration, die ein SAP-System oder ein ERP-System ausmacht. Als Beispiel können wir uns das Buchen des Warenausgangs anschauen. Das ist dieser Schritt. Beim Buchen des Warenausgangs wird ein Materialbeleg in der Materialwirtschaft und ein Buchhaltungsbeleg im Finanzwesen erzeugt. Wohingegen beim Anlegen eines Kundenauftrags nur ein Beleg im Vertrieb erzeugt wird. Und diese Belege enthalten all die Informationen, die notwendig sind, um einen Geschäftsvorgang nachzuvollziehen. Darin ist enthalten, wann von welchen Mitarbeiter welcher Prozessschritt durchgeführt wird. Das werden wir uns gleich auch noch im System anschauen. Damit wechsle ich jetzt in das SAP-S4HANA-System und wir werden uns hier einen Kundenauftrag anschauen, den ich angelegt habe. Das ist der Kundenauftrag oder den Kundenauftragsprozess, den Sie auch im Rahmen der Fallstudie durchgeführt haben. Ich zeige mir jetzt das Factsheet zu diesem Kundenauftrag an. Ich erkenne hier die ersten Informationen. Zum Beispiel sehe ich, dass der Auftraggeber The Bike Zone ist und dass dieser Auftrag einen bestimmten Nettowert hat. Wenn wir weiter nach unten scrollen, erkennen wir hier, dass dieser Beleg verschiedene Positionen enthält. Das ist ganz typisch für Belege in ERP-Systemen. Die sind ganz häufig aus einem Kopf und zugehörigen Positionen aufgebaut. Hier sind diese beiden Positionen eben die beiden Produkte, die bestellt wurden. Nämlich einmal das Deluxe Touring Bike und einmal das Profi Touring Bike. Wenn wir noch etwas weiter scrollen, dann erkennen wir hier auch den Prozessablauf. Man sieht, dass dieser Prozess gestartet wurde mit einem Angebot. Aus diesem Angebot wurde ein Terminauftrag angelegt. Aus diesem Terminauftrag eine Auslieferung. Dieser Auftrag wurde faktoriert. Das hat zum einen die Rechnung im Vertrieb und zum anderen den zugehörigen Buchhaltungsbeleg erzeugt. Und wir erkennen auch hier, dass der Buchhaltungsbeleg ausgeziffert ist. Das heißt, der entsprechende Zahlungseingang wurde auch irgendwann gebucht. Also wir sehen im Factsheet zu diesem Kundenauftrag schon recht genau, wie der Prozess abgelaufen ist. Wir werden später in weiteren Videos auch sehen, wie dieser Prozessablauf aussieht, wenn ich eine andere Prozessvariante habe, wenn ich zum Beispiel zu einem Auftrag mehrere Lieferungen erfasse. An dieser Stelle möchte ich Sie jetzt noch auf eine Funktion hinweisen, nämlich den Belegfluss, den es zusätzlich zu diesem Prozessablauf gibt. Den können wir über zwei Wegen öffnen. Wir können entweder hier über die verwandten Applikationen auf den Belegfluss navigieren oder die zweite Variante ist über das Kontextmenü. Auch hier habe ich den Belegfluss in Zugriff. Und was wir jetzt hier sehen, ist nicht nur der operative Belegfluss, sondern auch der Belegfluss im Finanzwesen. Wir erkennen auch hier, dass der Prozess durch eine Anfrage gestartet wurde. Basierend auf dieser Anfrage wurde ein Angebot angelegt. Aus diesem Angebot ist ein Terminauftrag entstanden. Dieser Terminauftrag führte zu einer Auslieferung. Zu dieser Auslieferung wurde ein Warenausgang gebucht und Sie erkennen jetzt, dass in dem Moment, wo ich diesen Beleg Warenausgang markiere, mir auch der entsprechende Hauptbuchbeleg dargestellt wird, der zu diesem operativen Beleg gehört. Also in dem Moment, wo in der Materialwirtschaft ein Warenausgang gebucht wurde, wurde auch gleichzeitig ein Hauptbuchbeleg angelegt. Der letzte Schritt war dann die Faktorierung dieses Kundenauftrags, der auch wieder dazu geführt hat, dass ein entsprechender Beleg im Hauptbuch angelegt wurde. Und den letzten Schritt, den wir hier erkennen, das ist der letzte Buchhaltungsbeleg. Hier unten im Detail sieht man, dass es die Debitorenzahlung, also der Kunde hat unsere Rechnung bezahlt. Und auch das wurde natürlich im Finanzwesen erfasst. Und wir sehen jetzt eben hier in diesem Belegfluss den kompletten Ablauf unseres Prozesses. Und das Tolle hier ist, dass wir insbesondere die Trennung zwischen dem operativen Teil des Prozesses und dem Prozessablauf im Finanzwesen erkennen. Dieser Belegfluss wird uns insbesondere auch bei komplexeren Prozessen helfen zu verstehen, wie der Prozessablauf war und insbesondere auch, welche Belege eine Buchung im Finanzwesen ausgelöst haben und welche Belege eben nicht. Ein tolles Feature dieses Belegflusses möchte ich Ihnen noch zeigen. Wir haben hier die Möglichkeit, bestimmte Hauptbuchbelege oder auch alle Hauptbuchbelege zu markieren und uns diese als T-Konten anzuzeigen. Jetzt ändert sich die Ansicht und wir erkennen hier jetzt genau, welche Konten durch die verschiedenen Belege bebucht wurden. Wir können uns diese auch farblich markieren, um diese Buchungen besser nachvollziehen zu können. An dieser Stelle möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen. Ich mache noch ein getrenntes Video, in dem ich die Fallstudie SD ganz detailliert nachbespreche. Und da werden wir uns auch im Detail diese Buchung in T-Konten nochmal anschauen. Was Sie jetzt gesehen haben, es gibt eben zu jedem Kundenauftrag, zu jedem Beleg im Vertrieb die Möglichkeit, sich den operativen Prozessablauf sowie den Belegfluss inklusive der Buchung im Finanzwesen anzuzeigen. Auf einen weiteren Punkt möchte ich noch kurz eingehen, das ist die Übernahme der Daten zwischen den einzelnen Belegen. Das ist Ihnen sicher aufgefallen, wenn Sie die Fallstudie durchgeführt haben. Im Rahmen der Fallstudie haben Sie zuerst eine Anfrage angelegt, da haben Sie ein paar Daten erfasst, dann haben Sie basierend auf dieser Anfrage ein Angebot erstellt, weitere Daten erfasst, basierend auf dieser Anfrage im Kundenauftrag und da nochmal zusätzliche Daten erfasst. Was dabei passiert ist, ist, dass bestimmte Daten aus den Vorbelegen immer übernommen wurden. Und das ist eine Standardfunktionalität in S4HANA oder in einem ERP-System, dass ich eben auf andere Belege referenzieren kann und entsprechende Daten übernehmen. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal ganz kurz im System an. Ich gehe dazu in unsere Gruppe Sales & Distribution. Ich lege jetzt mal ein Verkaufsangebot an. Das ist ein Angebot. Der Auftraggeber soll dieser sein. Ich nenne das Demo Datenübernahme. Ja und ich lege jetzt einfach hier nur eine Position an. Wir verwenden wieder unser Deluxe Touring Bike in schwarz. Fünf Stück würde der Kunde gern davon bestellen. Ich muss jetzt noch festlegen, um welchen Vertriebsbereich es sich handelt. Und damit habe ich das Angebot für Neckarrad über fünf Deluxe Touring Bikes in schwarz angelegt und kann das Ganze sichern. Noch sind nicht alle Daten vollständig. Ich muss noch die Angebotsgültigkeit pflegen. Die Angebotsgültigkeit soll bis zum 1.11.21 sein. Das macht jetzt prozessual nicht unbedingt Sinn, aber nur, dass wir da einen Wert drin stehen haben. Jetzt wurde das Angebot gesichert. Wir erkennen hier unten auch die Angebotsnummer, mit der das Angebot angelegt wurde. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen jetzt die Möglichkeit zeigen, Daten aus dem Angebot zu übernehmen. Wir sehen, hier befindet sich das gerade angelegte Angebot. Ich kann dieses Angebot jetzt markieren und einen Folgeauftrag dazu anlegen. Die Auftragsart soll unser Terminauftrag sein. Wenn ich das mache, wechselt die Ansicht. Ich bin jetzt in der Ansicht zum Anlegen eines Terminauftrages und Sie sehen, wie erwartet sind die entsprechenden Daten übernommen. Es wurde der Auftraggeber übernommen, der Warenempfänger. Es wurde die Materialien und die Mengen übernommen. Und wenn wir noch weitere Details gepflegt hätten, wie zum Beispiel Konditionen oder Einteilungen, wären die auch übernommen worden. Ich muss jetzt hier noch eine Kundenreferenz eingeben. Dann verwenden wir wieder unsere Demo Datenübernahme. Und damit wurde dieser Terminauftrag jetzt angelegt. Wenn wir uns jetzt wieder unsere Kundenaufträge anzeigen, gibt es jetzt hier einen neuen Kundenauftrag. Und nun schauen wir uns das Factsheet zu diesem Kundenauftrag an. Wenn wir hier nach unten scrollen, zum Prozessablauf erkennen wir natürlich, dass dieser Terminauftrag aus dem zuvor angelegten Angebot erstellt wurde. Und weil wir eben den Terminauftrag aus dem Angebot erstellt haben, kann das SAP-System auch nachvollziehen, was eben der vorherige Beleg war, kann uns das hier anzeigen. Und als Anwender haben wir eben hier den Vorteil, dass wir die Daten nicht manuell wieder eingeben müssen, sondern dass diese übernommen werden. Wir werden auf die verschiedenen Belege und Bewegungsdaten, die im Rahmen des Kundenauftragsprozesses erstellt werden, noch im Detail eingehen. Von daher wechseln wir jetzt wieder zurück auf die Folien und schauen uns als nächstes die verschiedenen Teilprozesse an. Als erstes möchte ich jetzt an einer Folie erläutern, welche Teilprozesse es gibt. Hier ist jetzt unser Kundenauftragsprozess als EPK-Prozess dargestellt. Dieser Prozess startet ganz am Anfang damit, dass eine Anfrage von einem Kunden erstellt wurde. Jetzt sehen Sie wieder den erweiterten Kundenauftragsprozess von Global Bike. Der fängt an mit der Kundenanfrage. Dann wird ein Angebot angelegt. Danach wird ein Kundenauftrag angelegt, basierend auf dem Kundenauftrag eine Auslieferung und so weiter, bis man schlussendlich einen Zahlungseingang gebucht hat. Außerdem sehen Sie, dass hier zu jedem Schritt hinterlegt wurde, welcher Beleg, welches Bewegungsdatum im SAP S4 HANA erzeugt oder geändert wurde. Wir sehen hier zum Beispiel, dass die Kundenanfrage aus dem Schritt Kundenanfrage anlegen kommt und eine Eingabe in den Schritt Kundenangebot anlegen ist, weil die Daten aus der Anfrage in das Angebot übernommen werden. Oder hier erkennen wir, dass beim Buchen des Warenausgangs die Eingabe der Auslieferungsbeleg ist und zusätzlich dann ein Materialbeleg und ein FI-Beleg erzeugt werden. Was jetzt spannend ist, ist welche Teilprozesse diesen verschiedenen Prozessschritten zugeordnet werden können. Insgesamt können wir im Kundenauftragsprozess neun Teilprozesse identifizieren und über diese Zuordnung hier erkennen wir, zu welchen oder in welchen Schritten des Kundenauftragsprozesses diese Teilprozesse zu tragen kommen. Wir erkennen zum Beispiel, dass Konditionen im Bereich Kundenanfrage anlegen, im Bereich Kundenangebot anlegen, im Bereich Kundenauftrag anlegen gepflegt werden können. Also der Teilprozess Konditionen pflegen kommt in diesen drei Teilprozessschritten vor. Ähnlich sieht es aus mit dem Teilprozess Ware kommissionieren. Der Teilprozess Ware kommissionieren ist genau diesem Prozessschritt Ware kommissionierung zugeordnet. Im verbleibenden Teil dieses Videos werden wir uns jetzt insbesondere die ersten drei Teilprozesse detaillierter anschauen. Im Zuge dessen werden wir auch an anderen Teilprozessen kurz vorbeikommen. Wir werden zum Beispiel sehen, wie Einteilungen gepflegt werden und welche Auswirkungen zum Beispiel das Buchen von einem Warenausgang haben. Das Abwickeln von der Retoure ist ein eigener Teilprozess, der komplexer ist. Zudem werde ich ein eigenes Video erstellen. Also starten wir jetzt mit dem Pflegen von Konditionen. Wie sieht der Teilprozess zum Pflegen von den Konditionen aus? Wenn Sie sich an das Praktikum zurückerinnern, an die Fallstudie, dann können Sie sich erinnern, dass Sie irgendwann in dieser Maske zum Anlegen des Kundenauftrags so ein Rechenblatt gesehen haben, das hier auch im Screenshot dargestellt ist. Dieses Rechenblatt enthält verschiedene Komponenten und Preise. Manche dieser Komponenten konnten Sie ändern, andere nicht. Sie konnten manche Komponenten hinzufügen, andere waren vorgegeben. Um was handelt es sich hierbei? In diesem Rechenblatt sind die sogenannten Konditionsarten dargestellt. Die Konditionsarten können einen Preis, können einen Rabatt, können aber auch eine Steuer repräsentieren. Also es sind die wesentlichen Bestandteile, aus denen sich ein Preis eines Produktes zusammensetzt. Und durch die sogenannte Konditionsfindung werden abhängig vom Prozess die korrekten Konditionen für ein Produkt ausgewählt. Sie haben gesehen, dass diese Pflege der Konditionen ein zweischrittiger Prozess ist. Zuerst erfolgt eine automatische Findung der Konditionen, die automatische Preisfindung. Sobald Sie für eine Position ein Material gepflegt haben, wird diese Preisfindung durchgeführt. Im zweiten Schritt kann man diese Konditionen dann noch manuell anpassen. So, und das Ganze schauen wir uns jetzt auch wieder im System an. Das machen wir anhand eines Kundenauftrags. Dazu verwenden wir den Kundenauftrag, den ich gerade angelegt habe. Navigieren wir als erstes in die Anzeigesicht und wir können von hier jederzeit über diesen Icon auch in den Änderungsmodus. Und das mache ich jetzt auch mal. Wenn ich jetzt auf die Position doppelt klicke, gibt es hier den Reiter Konditionen. Das ist auch den, den Sie im Praktikum gesehen haben. Und Sie erkennen jetzt eben hier die verschiedenen Konditionsarten. Wir haben hier zum Beispiel die Kondition PA00. Das ist der Preis. Es gibt die Konditionsart MWST, der für die Mehrwertsteuer steht. Es gibt ein Skondo und Verrechnungspreis. Was wir auch erkennen ist, dass wir bestimmte Konditionsarten ändern können. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Preis für dieses Produkt ändern von 3000 auf 2900 US-Dollar. Und entsprechend werden die weiteren Preisbestandteile direkt neu berechnet. Was wir auch machen können, das haben Sie gesehen, auch im Rahmen des Praktikums. Ich kann jetzt weitere Konditionsarten erfassen. Also ich kann zum Beispiel einen Rabatt suchen. Hätte ich gern den Absolut-Rabatt. Und wir können hier jetzt noch einen Absolut-Rabatt von 500 Euro geben. Ja und auch das hat direkt wieder zur Folge, dass der Nettopreis der Position angepasst wird. Sie haben außerdem gesehen, dass es Konditionen auf Kopf- und Positionsebene gibt. Ich werde jetzt auf die Kopfkondition nicht weiter eingehen. Wir beschränken uns hier an dieser Stelle auf die Kondition in der Position. Nachdem wir uns jetzt die Pflege der Kondition angesehen haben, ist natürlich die Frage, wie funktioniert die Konditionsfindung. Und da können wir auf den Knopf Analyse klicken und sehen hier die entsprechende Konditionsfindung. Die Konditionsfindung ist in einem Schema hinterlegt. Dieses Schema nennt sich hier RVA A01. Das ist das Standard-Konditionsschema. Dieses Konditionsschema enthält ganz viele verschiedene Preisbestandteile und wir erkennen hier zum Beispiel den Preis PR00. Und wenn wir das jetzt aufklappen, dann erkennen wir, dass es verschiedene Schritte gibt, über die versucht wird, den Preis zu ermitteln. Es wird zuerst gesucht, ob es einen Kundenpreis für dieses Material gibt. Dann werden zwei weitere Zwischenschritte anhand von Preislisten durchgeführt. Und als letztes erfolgt der Schritt des Materialpreises. Und wenn wir auf diese Konditionsart auf der obersten Ebene klicken, dann sehen wir auch, wie in welcher Reihenfolge die verschiedenen Komponenten ausgewählt wurden. Es wurde zuerst der Schritt Nummer 10, dann der Schritt Nummer 20, dann 30 und zuletzt 40 ausgeführt. Und hier wurde ein Konditionssatz gefunden und danach manuell geändert. Ja, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Ich habe den Preis von 3000 auf 2900 US-Dollar geändert. Und wenn wir jetzt weiter scrollen nach unten, dann werden wir hier zum Beispiel auch den Verrechnungspreis finden. Hier der Verrechnungspreis. Da gab es keine komplexe Ermittlung. Der wurde einfach direkt aus dem Materialstammsatz übernommen. Bei der Mehrwertsteuer gab es wieder eine komplexere Findung. Auch hier sieht man, dass verschiedene Schritte durchgeführt wurden und schlussendlich der Mehrwertsteuersatz für das Inland in Deutschland, das in 19 Prozent gefunden wurde. Man sieht also über diese Konditionsarten und über die Konditionfindung lassen sich sehr komplexe Preisstrukturen aufbauen. Im Rahmen dieser Einführungsvorlesung möchte ich nur einen kurzen Hinweis geben, wie das aussieht. Details gehen über den Umfang dieser Vorlesung hinaus. Schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt den zweiten Teilprozess an, nämlich die Verfügbarkeitsprüfung. Sobald Sie ein Angebot oder einen Kundenauftrag erfassen, wird in S4HANA für jede Position automatisch eine Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt. Und Ziel dieser Verfügbarkeitsprüfung ist sicherzustellen, dass dem Kunden zugesagte Mengen und Termine auch eingehandelt werden können. Es gibt hier unterschiedliche Varianten, wie diese Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt werden kann. So eine Verfügbarkeitsprüfung kann zum Beispiel gegen bestimmte Kontingente erfolgen, wenn einem Kunden ein Kontingent einer bestimmte Menge eines Produktes zugesagt wurde. Bei Global Bike, und das ist auch das, was wir uns im Detail hier anschauen werden, wird die dynamische Verfügbarkeitsprüfung verwendet. Was ist die dynamische Verfügbarkeitsprüfung? Die dynamische Verfügbarkeitsprüfung oder Available-to-Promise-Prüfung versucht die voraussichtlich verfügbare Menge eines Materials zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu berechnen. Diese Berechnung erfolgt immer auf der Ebene eines Werkes und erfolgt in verschiedenen Schritten. Zuerst wird der aktuelle Bestand ermittelt. Im nächsten Schritt werden dann alle geplanten Zugänge und Abgänge des Materials ermittelt. Die Materialzugänge werden hinzuaddiert, die Materialabgänge subtrahiert und somit kann ich für einen Zeitpunkt in der Zukunft die wahrscheinlich verfügbare Menge, die ATP-Menge, ermitteln. Das Ganze ist hier an einem Beispiel gezeigt. Angenommen, am 1.2. gibt es 100 Stück eines Materials, dann gibt es einen geplanten Zugang am 2.2. von 50, einen geplanten Abgang am 3.2. von 75 und wieder einen geplanten Zugang am 4.2. von 50 Stück und das führt dann in der Summe zu einer ATP-Menge von 125 Stück am 5.2. Das Ganze üben wir jetzt einmal mit Hilfe einer Aufgabe, bevor wir es uns dann im nächsten Schritt nochmal im SAP S4HANA-System anschauen. Diese Übung befindet sich auf dem MiroBoard und wir haben jetzt folgende Situation. Es wird davon ausgegangen, dass am ersten Tage eines Monats von einem bestimmten Material, nämlich dem Deluxe Touring Bike Roth, im Werk in Heidelberg 100 Stück auf Lager sind. Außerdem existieren zwei Fertigungsaufträge zu je 50 Stück. Der erste Fertigungsauftrag wird am zweiten Tag des Monats November fertiggestellt, der zweite am vierten Tag des Monats November. Weiterhin existiert ein Kundenauftrag über 75 Stück, der ein Materialbereitstellungsdatum zum dritten Tag des Monats hat und wir sollen jetzt zum fünften Tag des Monats November die ATP-Menge berechnen. Ja, Sie sehen schon, das ist sehr nah an dem Beispiel, das ich Ihnen auch gerade gezeigt habe. Machen wir das jetzt mal trotzdem. Also, wir haben drei geplante Materialänderungen. Wir haben zum einen die geplanten Zugänge und zwar gibt es eine Menge von 50 Stück, die am zweiten Elften aus der Fertigung kommen. Und wir haben nochmal 50 Stück, die, ja, schreiben wir das hier noch hinzu, Fertigungsauftrag. Es gibt einen zweiten Fertigungsauftrag, der am vierten Elften aus der Produktion kommt. Somit haben wir eine Summe von geplanten Zugängen von 100 Stück. Jetzt machen wir noch die geplanten Abgänge. Das sind 75 Stück und diese 75 Stück kommen aus dem Kundenauftrag. Und dieser Kundenauftrag hat ein Materialbereitstellungsdatum zum dritten Elften. Ja, und damit sehen wir, dass die Summe der geplanten Abgänge 75 ist. Jetzt machen wir mal diese, diese Werte hier noch fett, dass wir die besser erkennen. Und damit können wir jetzt die ATP Menge zum fünften Elften berechnen. Das ist jetzt genau diese 100 plus diese 100 minus diese 100 minus diese 75. Und somit sind wir bei einer ATP Menge von 125 am fünften Elften angelangt. Also Sie sehen, diese Berechnung der ATP Menge ist eigentlich relativ einfach. Spannend ist, welche geplanten zu und welche geplanten Abgänge berücksichtigt werden. Und das kann man pro Material konfigurieren. Schauen wir uns jetzt auch diese Berechnung der ATP Menge mal im System an. Dazu lege ich jetzt wieder als erstes einen Kundenauftrag an. Ich nehme jetzt den gleichen Auftraggeber wie zuvor. Ich nehme das Ganze jetzt Demo Verfügbarkeitsprüfung. Ich verwende jetzt aber ein anderes Material. Es geht jetzt um dieses Material. Das ist so ein Reparaturset und ich gebe hier eine Menge von 30 Stück an. Wenn ich das bestätige, muss ich jetzt noch den Vertriebsbereich auswählen. Das mache ich. Und dann sehen Sie, dass eigentlich nichts passiert. Im Hintergrund ist aber jetzt die Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt worden und außerdem auch die Versandterminierung, auf die wir in einem späteren Schritt eingehen. Woran erkennen wir das? Wenn ich diese Position jetzt markiere, kann ich hier auf diesem Icon mir diese aktuelle Verfügbarkeitssituation anzeigen lassen. Klicken wir da mal drauf. Wir sehen hier in der Übersicht über der Verfügbarkeit, dass es einen aktuellen Bestand von 30 Stück gibt. Das ist einen simulierten Bedarf. Das ist der, der aus meinem gerade erfassten Kundenauftrag, der aber noch nicht gespeichert ist, resultiert. einen simulierten Bedarf gibt zum 30.09. von minus 30 Stück und somit kann der Bedarf aus dem aktuellen Bestand gedeckt werden. Wo kommt der 30.09 hierher? Das werde ich Ihnen erklären, wenn wir uns mit der Versandterminierung beschäftigen. Da muss ich Sie noch kurz auf weiter hinten in diesem Video verweisen. Was man sich jetzt an dieser Stelle auch anschauen kann, ist der Prüfumfang. Welche Daten wurden denn geprüft im Rahmen der ITP-Prüfung? Wenn ich hier auf den Prüfumfang klicke, sehe ich, dass bestimmte Bestände und bestimmte Bedarfe und auch bestimmte zukünftige Zugänge bedacht werden. Und das ist genau die Konfiguration auf Ebene des Materials. Ich kann für jedes Material festlegen, ob zum Beispiel ein Sicherheits- und Sperrbestand mit in die ITP-Prüfung eingehen soll, ob die Bedarfe ausschließlich Verkaufsbedarfe enthalten oder auch schon Reservierungen und welche zukünftigen Zugänge berücksichtigt werden, ob zum Beispiel Bestellanforderungen einbezogen werden, ja oder nein. Also abhängig von den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens kann diese Verfügbarkeitsprüfung, dieser ATP-Prüfung entsprechend konfiguriert werden. Gehen wir jetzt nochmal zurück und machen mal eine Änderung. Ich gebe jetzt hier eine Auftragsmenge von 50 an. Sie sehen, sofort ändert sich was. Im aktuellen Bestand von 30 Stück dieses Materials auf Lager. Der Kunde wünscht eine Lieferung von 50 Stück. Wir erkennen sofort, dass eine Lieferung zum Wunschtermin nicht möglich ist, weil eben mehr Material gewünscht ist als im Werk Heidelberg verfügbar ist. Es gibt jetzt zwei Alternativen, die vorgeschlagen werden. Das ist zum einen eine vollständige Lieferung zu einem späteren Termin, zum vierten Zehnten. Wo dieser vierte Zehnte herkommt, werden wir uns gleich im Detail ansehen. Oder ein Liefervorschlag, der eben eine bestimmte Menge sofort bestätigt und eine weitere Menge zu einem späteren Zeitpunkt. Ich wähle jetzt mal diesen Liefervorschlag aus. Welchen Effekt hat dieser Liefervorschlag? Dafür müssen wir auf die Position klicken und dort in Einteilungen. Sie sehen, wir sind jetzt in dem Schritt Einteilungen pflegen, ja, diesem Teilprozess. Und wir sehen hier, dass jetzt aus der ursprünglichen Bestellmenge von 50 Stück zwei Einteilungen resultiert sind. Einmal eine Menge von 20 Stück, die zu einem bestimmten Datum bestätigt wurde und einmal eine Menge von 30 Stück, die zu einem späteren Datum bestätigt wurde. Für jede dieser Einteilungen wird jetzt auch eine eigene Versandterminierung durchgeführt und in dieser Einteilung hinterlegt. Die können wir uns hier anschauen, werden wir später noch im Detail darauf eingehen. Ich ändere jetzt diese Auftragsmenge nochmal ab, dass wir nochmal an dieser Stelle zur Verfügbarkeitskontrolle kommen. So, wir sehen jetzt an dieser Stelle der Verfügbarkeitskontrolle, dass für jeden Bereich zwei Daten dargestellt werden, nämlich das Lieferdatum, das ist hier das erste Datum und das zugehörige Materialbereitstellungsdatum. Was wir erkennen, das Materialbereitstellungsdatum liegt vor dem Lieferdatum. Was der Grund dafür ist, werden wir sehen, wenn wir uns die Versandterminierung anschauen. Schauen wir uns jetzt als nächstes mal an, wie es zu diesem Liefervorschlag hier kommt. Ich habe jetzt die Menge gerade auf 70 Stück geändert. Wir wissen, aktuell sind 30 auf Lager. Das können wir uns auch nochmal anschauen, wenn wir uns die ATP-Mengenprüfung hier anschauen. Wir haben 30 Lagerbestand und auf dieser Basis berechnet jetzt das System in Liefervorschlag. Zum einen wird gesagt, zum 06.10. können wir 30 Stück liefern. Das sind alle, die gerade auf Lager sind. Die können zum 06.10. geliefert werden. Der Termin soweit in der Zukunft, weil ich eben einen bestimmten Zeitraum brauche, um die Waren auszuliefern. Außerdem wird jetzt noch gesagt, dass zum 06.10. weitere 40 Stück geliefert werden können. Wo kommt dieses Datum des 06.10. jetzt her? Der beruht auf dem Materialbereitstellungsdatum vom 04.10. Und wie hat das System jetzt ermittelt, dass am 04.10. die notwendigen 40 Stück verfügbar wären? Um das zu erkennen, müssen wir jetzt gleich in die Material- und die Produktstammdaten wechseln. Wir merken uns jetzt hier zwei Termine. Das ist nämlich der 08.09. Das ist das heutige Tagesdatum und das Materialbereitstellungsdatum vom 04.10. Ich akzeptiere das jetzt mal und speichere diesen Auftrag, dass wir den später wieder verwenden können. So, als nächstes öffnen wir jetzt die Produktstammdaten verwalten App. Und gucken uns in dieser App dieses Material, nämlich genau dieses R-Kit 1000 an. Und wenn wir das machen, sehen wir jetzt hier die Produktstammdaten. Diese Produktstammdaten oder Materialstammdaten hatte ich Ihnen auch schon mal in diesem Einführungsvideo gezeigt. Spannend für das, was wir gerade jetzt uns anschauen, sind hier die Daten auf der Werksebene. Ich navigiere mal in diesen Bereich. Ja, wir waren gerade in dem Werk in Heidelberg. Ich schaue mir jetzt hier die entsprechenden Daten zu diesem Werk an. Und hier gibt es die Dispositionsdaten. Teil dieser Dispositionsdaten sind die Daten für die Beschaffung. Diese sehen wir hier in diesem Teilbereich. Ja, den hätten wir auch direkt hier aufrufen können. Ich bin jetzt hierher navigiert. Zum einen sehen wir, dass der Beschaffungstyp Fremdbeschaffung ist. Dieses Material wird uns von Lieferanten geliefert. Alternativ könnte auch Eigenbeschaffung sein. Wir stellen dieses Material her. Oder beide Beschaffungsarten. Dann kann das Material sowohl von Lieferanten bezogen als auch selbst produziert werden. Zu diesem fremdbeschafften Material gibt es jetzt eine Planlieferzeit von fünf Tagen und eine Wareneingangsbearbeitungszeit von einem Tag. Was heißt das? Auf diesen Daten berechnet das SAP-System, wie lange es dauert, eine beliebige Menge, also die Menge kann beliebig groß sein, dieses Materials zu beschaffen. Wenn ich keinen Bestand mehr habe, dann dauert es fünf Tage, dieses Material vom Lieferanten zu beziehen und ich brauche noch einen Tag, um den Wareneingang zu bearbeiten. Also insgesamt sechs Tage, um eine beliebige Menge, das könnten auch eine Million Stück, von diesem Material, von diesem Flickzeug zu beschaffen. Mit diesem Wissen navigieren wir jetzt wieder zurück zu den Kundenaufträgen und schauen uns den Kundenauftrag an, den ich gerade angelegt habe. Wir wissen, wir haben den Liefervorschlag angenommen. Wir haben keine Gesamtlieferung, sondern einen Liefervorschlag. Der wurde in die Einteilung übernommen. Wir sehen hier, dass 30 Stück, das war unser aktueller Bestand, geliefert werden können zum 06.10. und dass zum 010.10 weitere 40 Stück geliefert werden können. Um das jetzt im Detail zu analysieren, schauen wir uns hier den Versand an und sehen, dass das Materialbereitstellungsdatum der 04.10. ist. Um zum 010.10 liefern zu können, müssen wir das Material am 04.10 verfügbar haben. Und wie kommen wir jetzt auf dieses Datum oder wie berechnet das SAP-System dieses Datum? Das machen wir jetzt einfach, indem wir hier einen Kalender aufmachen. Heute ist der 28.09. Wir haben eine Planlieferzeit von 5 Tagen. Also das ist der 29.30. Erste, zweite, dritte. Am 03.10. wird das Material geliefert werden vom Lieferanten. Plus einen Tag Wareneingangsbearbeitungszeit sind wir am 04.10. Also basierend auf den Daten aus dem Materialstamm wird dieser 04.10. hier berechnet. Und Sie sehen schon, diese Daten hängen vom Werk ab. Also ich kann für unterschiedliche Werke hier unterschiedliche Daten pflegen. Es könnte ja sein, dass einer meiner Lieferanten direkt bei einem Werk in der Nachbarschaft sitzt, dass deshalb die Lieferzeit sehr kurz ist, dass ich zu einem anderen Werk selbst erst einen Transport organisieren muss und daher die Lieferzeit sehr lang ist. Deshalb kann eben über diese Wiederbeschaffungszeit abgebildet werden, wie lang es im Durchschnitt dauert, ein bestimmtes Material wieder zu beschaffen. So viel zur Verfügbarkeitsprüfung. Schauen wir uns als nächstes den Teilprozessversandterminieren an. Wir haben gerade schon gesehen, dass im Rahmen des Anlegen eines Kundenauftrags verschiedene Daten berechnet wurden. Und das sind die Daten, die benötigt werden, um genau zu planen, bis zu welchem Liefertermin ein Material geliefert werden kann. Diese Versandterminierung erfolgt auf Ebene der Einteilungen. Also ich kann für jede Position mehrere Versandterminierungen, mehrere Einteilungen hinterlegen. Und wir werden uns jetzt anschauen, basierend auf welche Daten das erfolgt. Im Rahmen der Versandterminierung werden verschiedene Termine ermittelt. Diese Termine habe ich Ihnen hier auf der Folie auf der rechten Seite dargestellt. Das ist das Transportdispositionsdatum, das Materialbereitstellungsdatum, das Ladedatum, das Warenausgangsdatum und das Lieferdatum. Um was handelt es sich hierbei? Das versucht folgende Grafik darzustellen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass an dem Warenausgangsdatum die Waren unser Werk verlassen. Dann dauert es eine gewisse Zeit, bis die Waren beim Kunden ankommen. Das ist die sogenannte Transitdauer. Also das Warenausgangsdatum, danach gibt es eine Transitdauer und die führen zu einem Lieferdatum. Diese Transitdauer ist natürlich abhängig davon, welche Arten von Waren Sie transportieren. Wenn Sie ein Päckchen innerhalb von Deutschland mit DHL transportieren, ist die Transitdauer irgendwo zwischen ein und zwei Tage. Wenn Sie eine Spezialmaschine mit einem Schiff um die halbe Welt fahren, dann ist die Transitdauer sicher länger. Damit die Waren das Werk verlassen können, müssen die gegebenenfalls geladen werden. Es gibt eine Ladezeit. Ausgehend von einem Ladedatum wird eine gewisse Ladezeit benötigt. Vielleicht müssen die Materialien in einem Container kompliziert auf einen Lkw geladen werden. Das dauert eine gewisse Zeit. Die wird durch die Ladezeit dargestellt. Durch was wird das Ladedatum bestimmt? Da gibt es jetzt zwei Zeitabschnitte. Zum einen ist das die Transportdispositionsvorlaufzeit. Gegebenenfalls müssen wir ein Transport disponieren. Wenn Sie ein Paket mit DHL verschicken, ist das einfach. Dann kommt DHL einmal am Tag zu Ihnen ins Werk und packt die Pakete ein. Wenn Sie aber jetzt eine komplexe Maschine verschiffen, die zuerst mit einem Lkw in den Hafen gefahren werden muss und von dort aus mit einem Schiff in einen anderen Kontinent, dann ist das gegebenenfalls komplexer und Sie benötigen dafür Zeit. Das ist die Transportdispositionsvorlaufzeit. Außerdem gibt es die Richtzeit. Gegebenenfalls müssen Sie Ihre Materialien, die Produkte für den Transport vorbereiten. Also die müssen irgendwie komplex verpackt werden. Auch das dauert eine Zeit, die sogenannte Richtzeit. In Summe zeigt Ihnen die Grafik, wie das alles zusammenhängt. Es gibt eben ein Materialbereitstellungsdatum. Danach gibt es eine gewisse Richtzeit. Dann kommen wir zum Ladedatum. Von dem Ladedatum brauche ich eine Ladezeit, bis der Warenausgang stattfinden kann. Und dann gibt es die Transitdauer, die schlussendlich zu dem Lieferdatum führt. Damit haben wir jetzt gesehen, welche Daten und Zeiträume notwendig sind, um den Versand zu terminieren. Wie erfolgt jetzt eine Versandterminierung? Die Versandterminierung kann auf zwei Arten verfolgen. Das eine ist eine Rückwärtsterminierung und das andere ist eine Vorwärtsterminierung. Schauen wir uns zuerst die Rückwärtsterminierung ohne Konflikte an. Also, der Kunde hat ein Wunschlieferdatum irgendwann in der Zukunft genannt. Und dieses Wunschlieferdatum soll das Lieferdatum für die Rückwärtsterminierung sein. Und das ist das Ziellieferdatum. Wenn wir dieses Wunschlieferdatum einhalten wollen, müssen wir die Transitdauer von dem Wunschlieferdatum subtrahieren und kommen somit zu einem Warenausgangsdatum für die Rückwärtsterminierung. Von diesem Warenausgangsdatum subtrahieren wir die Ladezeit und kommen zu dem Ladedatum für die Rückwärtsterminierung. Und von diesem Ladedatum wird jetzt die Richtzeit subtrahiert und wir kommen zu einem Materialbereitstellungsdatum für die Rückwärtsterminierung. Und die Transportdispositionsvorlaufzeit und wir kommen zu dem Transportdispositionsdatum. Rückwärtsterminierung erfolgt jetzt nur ohne Konflikte, wenn folgende Bedingungen gelten. Das Austragerfassungsdatum muss in der Vergangenheit liegen. Wenn diese Rückwärtsterminierung, die Berechnung der verschiedenen Daten dazu führt, dass zum Beispiel das Transportdispositionsdatum vor dem Auftragserfassungsdatum liegt, kann die Rückwärtsterminierung nicht erfolgreich sein. Wir können nicht in der Vergangenheit beginnen, damit unseren Transport zu disponieren. Und außerdem muss das Materialbereitstellungsdatum nach dem Verfügbarkeitsdatum liegen. Es funktioniert nicht zu liefern, wenn wir die Wachen nicht verfügbar haben an dem Termin, wo die Materialbereitstellung erfolgen muss. Und das Ganze haben wir hier auch nochmal in der Folie dargestellt. Bei der Rückwärtsterminierung kann es zu Konflikten kommen, nämlich genau dann, das sehen wir in der Grafik, wenn das Transportdispositionsdatum größer als das Auftragserfassungsdatum ist, weiter in der Vergangenheit liegt. Also man müsste in der Vergangenheit den Transport disponieren. Das geht nicht. Wenn ich den Auftrag erst heute erfasse, dann kann ich nicht davor schon in der Vergangenheit mit der Transportdisposition begonnen haben. Also das führt zu einem Konflikt. Anderer Konflikt ist, wenn das Materialbereitstellungsdatum vor dem Auftragserfassungsdatum liegt oder wenn das Materialbereitstellungsdatum vor dem Verfügbarkeitsdatum liegt. Was kann man machen in dem Moment, wo so ein Konflikt festgestellt wird bei der Rückwärtsterminierung? Ich kann vorwärts terminieren. Also ich kann ausgehend von dem heutigen Datum und von dem Verfügbarkeitsdatum einen möglichen Liefertermin in der Zukunft berechnen. Und wie sieht die Vorwärtsterminierung aus? Abhängig von dem Auftragserfassungsdatum wird die Transportvorlaufzeit addiert. Damit kommen wir zu dem frühestmöglichen Ladedatum. Ausgehend vom Verfügbarkeitsdatum des Materials wird das früheste Ladedatum berechnet und von dort aus kann ich dann nach vorne rechnen mit der Ladezeit und der Transitzeit. So und wenn ich das Ladedatum identifiziert habe, ja das habe ich Ihnen gerade gesagt, dann kann ich von da aus nach vorne berechnen. Dann addiere ich die Ladezeit hinzu, komme zum Warenausgangsdatum, addiere die Transitdauer hinzu, komme zu dem möglichen Lieferdatum durch die Vorwärtsterminierung. Und die Verspätung ist eben genau die Differenz zwischen dem Wunschlieferdatum und dem neu berechneten Lieferdatum. Wo kommt die Differenz her? Ja, das nochmal um es klar zu machen. Durch die Rückwärtsterminierung sind wir irgendwie entweder mit der Richt- oder der Transportdispositionsvorlaufzeit in Konflikt gelaufen und konnten deshalb nur vom Ladedatum nach vorne berechnen und deshalb kommt es eben hier zu einer Verspätung. Versandterminierung haben wir jetzt zwei Dinge. Zum einen machen wir als erstes eine Übung. Die Übung findet auch wieder in unserem Miroboard statt. Und zwar ist das hier diese Übungsaufgabe. Es geht um folgende Situation. Wir erfassen heute, der 15.10.2021 einen Terminauftrag mit genau einer Auftragsposition. Die Auftragsmenge ist heute vollständig verfügbar. Der Kunde wünscht drei Tage später, also heute plus drei Tage, die Ware zu enthalten. Die Ware war bereits heute vor zehn Tagen vollständig verfügbar. Warum das relevant ist, werden wir gleich noch sehen. Für diese Versandterminierung benötigen wir noch folgende Zeiten. Die Ladezeit, die Richtzeit, die Transitdauer und die Transportdispositionsvorlaufzeit. Und in unserem System ist jeder Kalendertag ein Arbeitstag. Von daher müssen wir hier nicht drüber nachdenken, ob wir gegebenenfalls einen Sonntag oder einen Wochentag vor uns haben. Also wie ist die aktuelle Situation? Das aktuelle Datum ist der 15.10. Das Wunschlieferdatum des Kunden ist der 18.11. Was müssen wir tun? Wir müssen von diesem Wunschlieferdatum die Transitdauer subtrahieren, um zum Warenausgangsdatum zu kommen. Die Transitdauer ist in unserem Fall zwei Tage. Das heißt, ausgehend von dem Wunschlieferdatum wäre der 16.10.2021 das Warenausgangsdatum. Von dem Warenausgangsdatum müssen wir die Ladezeit subtrahieren, um zum Ladedatum zu kommen. Die Ladezeit ist in unserem Beispiel ein Tag. Somit wäre das mögliche Ladedatum der 15.10.2021. Jetzt befinden wir uns in unserer Grafik zur Rückwärtsterminierung an dieser Stelle. Vom Ladedatum subtrahieren wir die Richtzeit, um zum Materialbereitstellungsdatum zu kommen. Die Richtzeit ist in unserem Beispiel ein Tag. Damit sind wir bei einem Materialbereitstellungsdatum vom 14.10.2021. Außerdem subtrahieren wir die Transportdispositionsvorlaufzeit, um zum Transportdispositionsdatum zu kommen. Die Transportdispositionsvorlaufzeit ist drei Tage und damit ist unser Transportdispositionsdatum der 11.10.2021. Wenn wir uns das jetzt angucken, stellen wir fest, dass zwei Konflikte auftreten. Zum einen liegt das Materialbereitstellungsdatum in der Vergangenheit. Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann in der Vergangenheit kein Material bereitstellen. Und zum anderen liegt das Transportdispositionsdatum in der Vergangenheit. Ich kann auch in der Vergangenheit nicht anfangen, mit einem Transport zu disponieren. Heute ist der 15.10., also 14.10. und 11.10. werden nicht funktionieren. Aus diesem Fall sieht man, dass in diesem Beispiel die Rückwärtsterminierung nicht zu einem Erfolg führt. Die einzige Möglichkeit wäre in diesem Fall eine Vorwärtsterminierung. Sie können ja jetzt als Übung mal versuchen zu berechnen, wie die Vorwärtsterminierung in diesem Beispiel aussehen würde. Ich wechsle an dieser Stelle jetzt wieder in das ERP-System und wir schauen uns mal so eine Rückwärtsterminierung im System an. Dazu lege ich wieder einen Auftrag an. Das machen wir wieder für den gleichen Kunden. Das ist die Demo-Rückwärtsterminierung. Und wir verwenden wieder das Material R-Kit, das Flickzeug. Es sollen dafür 100 beschafft werden. Und das Wunschlieferdatum des Kunden lege ich jetzt mal sehr weit in die Zukunft, sodass wir wirklich mal diese Rückwärtsterminierung sehen. Das soll am 30.10.2021 sein. Ich muss jetzt noch den Vertriebsbereich auswählen. Und jetzt wurde die Rückwärtsterminierung neu berechnet. Sie sehen, da wir soweit in der Zukunft waren, die Verfügbarkeitsprüfung stellt kein Problem dar. Sie erinnern sich ja noch, wir brauchen ungefähr sechs Tage, um eine beliebige Anzahl dieses Materials zu beschaffen. Deshalb schauen wir uns jetzt diese Position mal im Detail an und insbesondere hier die Einteilungen und zur Einteilung den Versand. In dieser Ansicht erkennen Sie jetzt genau die Daten, die wir gerade auch auf der Folie besprochen haben. Es gibt ein Lieferdatum, ein Warenausgangsdatum, ein Ladedatum, Materialbereitstellungsdatum und ein Dispositionsdatum. Ja, wir sehen, dass hier in diesem System verschiedene Werte berechnet wurden. Zum Beispiel das Warenausgangsdatum liegt zwei Tage vor dem Lieferdatum, das Ladedatum einen weiteren Tag zuvor und so weiter. Die Frage ist ja jetzt, wie werden diese Daten berechnet? Und die werden beim Einrichten des SAP S4HANA-Systems hinterlegt, zum einen für eine Versandstelle. An der Versandstelle liegen Informationen, wie lange eine Richtzeit ist und zum anderen über eine Route, die über den Transport entscheidet. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch im System an. Ich mache dafür einen neuen Tab auf und in diesem neuen Tab gehe ich in die klassische SAP GUI-Ansicht, weil in dieser SAP GUI-Ansicht können wir uns jetzt bestimmte Customizing-Einstellungen angucken. Dazu gibt es eben keine Fiori-Apps. Schauen wir uns zuerst die Einstellungen zur Versandstelle an. Wir haben die ganze Zeit mit dem Werk in Heidelberg und deswegen auch mit der Versandstelle in Heidelberg gearbeitet und erkennen hier, dass die Ladezeit einen Tag beträgt und die Richtzeit drei Arbeitstage. Ladezeit einen Tag, Richtzeit drei Arbeitstage. Außerdem schauen wir uns jetzt noch die Einstellungen zu der Route an. Sie erinnern sich vielleicht, dass in unserem Kundenauftrag die Südrude gewählt wurde. Für diese Südrude ist eine Transitdauer von zwei Tagen und eine Transportdispositionsdauer von fünf Tagen hinterlegt. Jetzt wechsle ich nochmal zurück. Also wir haben eine Transportdispositionsdauer von fünf Tagen und eine Transitdauer von zwei Tagen. Vom Lieferdatum wird die Transitdauer zwei Tage abgezogen. So kommen wir vom 30.10. zum 28.10. Vom Ladedatum wird die Transportdispositionsdauer abgezogen. Das waren fünf Tage. So kommen wir vom 27.10. zum Transportdispositionsdatum 22.10. Die Ladezeit war ein Tag. So kommen wir vom Warenausgangsdatum zum Ladedatum und die Richtzeit waren drei Tage. So ergibt sich das Materialbereitstellungsdatum aus dem Ladedatum. Also Sie sehen, in Abhängigkeit von den Einstellungen für die Versandstelle und die Route können dann auf Basis der Formeln, die ich Ihnen gezeigt habe, aus den verschiedenen Dauern die notwendigen Daten berechnet werden. Wechseln wir zum Abschluss nochmal auf die Folie, die die verschiedenen Teilprozesse in Übersicht darstellt. Wir haben jetzt im Detail gesehen die ersten vier Teilprozesse. Konditionen pflegen, Verfügbarkeit prüfen, Versandterminieren und Einteilungen pflegen. Die Teilprozesse fünf bis acht, Auslieferungen bearbeiten, Ware kommissionieren und Warenausgang buchen. Die schauen wir uns an im Rahmen der Rekapitulation der Fallstudie. Da passiert in den Teilprozessen eigentlich auch nichts Spannendes. Da ist eigentlich die spannende Teil die Integration im Finanzwesen. Die werden wir da sehr genau analysieren. Und zu der Retoure wird nochmal ein eigenes Video erstellt. Das war's für dieses Video. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Das war's für dieses Video. Und schickst das Video deinem Ex. Verdächtig. Ihr seid alle nicht normal. Verdächtig. Ihr seid alle radikal. Fahr den Impsi-Catcher hoch, mach das Richt-Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen Vorwerk, auf den Staat-Strujana ein. Sheikie Exit? Muss beim Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Impsi-Catcher hoch, mach das Richt-Mikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen Vorwerk, auf den Staat-Strujana ein. Sheikie Exit? Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du hast ein Geheimnis, verdächtig Du schminkst dich manchmal heimlich, verdächtig Du bist depressiv, verdächtig Deine Zweifel sitzen tief, verdächtig Du pinkelst immer nur im Stehen, verdächtig Du lässt dich vor Netflix gehen, verdächtig Alle deine Freunde Kiffer, verdächtig Mit den Krediten wird das nichts mehr Fahr den MC Catcher hoch, mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staats-Trojaner ein Fäng die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein Fahr den MC Catcher hoch, mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staats-Trojaner ein Bring die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein Du bist ineffizient, verdächtig Spielst in einer schlechten Band, verdächtig Deine Freunde nutzen Tor, verdächtig Die haben sicher Böses vor, verdächtig 20 Sticker auf dem Laptop, verdächtig Du bist drei von diesem Netz-Mob, verdächtig Dieser Port-Scan hier, verdächtig Das war doch sicher wieder ihr Fahr den MC Catcher hoch, mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staats-Trojaner ein Fäng die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein Fahr den MC Catcher hoch, mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staats-Trojaner ein Fäng die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein Fahr den MC Catcher hoch, mach das Lichtmikro an Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staats-Trojaner ein Fäng die Exit-Naus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein Verdächtig